Um die Sicherheit aller Menschen im Betrieb zu gewährleisten, müssen sämtliche Bauteile regelmäßig geprüft, gewartet und kontrolliert werden. Die rechtssichere Dokumentation aller Maßnahmen, das Mängelmanagement sowie die zugehörige Fotodokumentation erfordern viele Stunden Arbeit. Oft reicht die Zeit gar nicht aus, alles gewissenhaft zu erledigen. Dabei sind diese Nachweise so wichtig, um als Verantwortlicher und als Geschäftsführer bei Unfällen und Bränden nicht in die Haftung zu kommen. Wie lange sitzen Sie an einem Bericht nach Ihrer Begehung? Wie viel Zeit verschwenden Sie heute noch mit der nachträglichen Fotozuordnung am PC und wie viel Zeit verbringen Sie in Tabellen- und Textprogrammen? Sparen Sie sich die monotone, zeitraubende Arbeit mit der Berichterstellung und Listenpflege und automatisieren Sie Ihre Prozesse mit Keybox. Die auf dem Markt einzigartige, objektorientierte Dokumentationsstruktur von Keybox macht die gesamte Historie jeden Bauteils vom Einbau bis zur Entsorgung langfristig nachvollziehbar. Die Bauteile und Objekte, wie zum Beispiel Brandschutztüren, stehen im Mittelpunkt und sämtliche Einträge wie Prüfungen und Mängel werden Ihnen direkt zugeordnet. Diese Nachweisstruktur sorgt für Ihre Rechtssicherheit im Falle eines Brandes. Minimieren Sie hierdurch Ihr Haftungs- und Bußgeldrisiko. Die Daten Ihres Unternehmens sind in Ihrem Haus sicher archiviert und können von jedem Mitarbeiter genutzt und fortgeführt werden. Durch die kinderleichte Handhabung bedient jeder Keybox mühelos. Laden Sie Ihre Pläne in die Software. Ziehen Sie fertig angelegte Normsymbole auf den Plan oder erstellen Sie eigene Bauteile. Die Keybox-Stock-Datenbank ist einzigartig auf dem Markt und bietet Ihnen viele Vorlagen für Bauteile und Checklisten. Dokumentieren Sie Mängel und Gefährdungen. Nehmen Sie dazu Fotos mit Ihrem Tablett-PC auf. Diese sind dem Mangel vollautomatisch zusortiert. Für wiederkehrende Einträge nutzen Sie einfach Vorlagen. Für die Bauteilüberprüfung nutzen Sie Formulare und Checklisten. Nach dem Ausfüllen der Formulare werden automatisch Mängel hinterlegt. Signieren Sie die Dokumente schließlich mit Ihrer Unterschrift. Erstellen Sie Berichte automatisch auf Knopfdruck innerhalb von wenigen Sekunden. Wählen Sie dazu aus zahlreichen Vorlagen aus. Generieren Sie Mängellisten inklusive Freimeldecode als PDF-Dokument und senden Sie diese dann per E-Mail an das zuständige Fachpersonal zur Behebung der Ihnen zugewiesenen Mängel. Überwachen Sie den Status der Freimeldung. Behalten Sie den Überblick über die Instandhaltung und Einsatzbereitschaft aller Brandschutzvorkehrungen bis ins kleinste Detail. Fertig! Es ist keine Nacharbeit notwendig. Dank der voreingestellten Instandhaltungsdaten werden Sie nach Ablauf der festgelegten Prüfintervalle rechtzeitig an den nächsten Instandhaltungstermin erinnern. Dokumentieren Sie alles rund um Brandschutz, Arbeitsschutz und Facility Management. Überwachen Sie das ganze Gebäude. Alles in einer Software. Zahlreiche Kunden haben mit Keybox bereits nachweislich Ihren Arbeitsaufwand reduziert und gleichzeitig Ihre Dokumentation optimiert. Sagen Sie Tschüss zu Papierkram, Text und Tabellenprogrammen. Buchen Sie jetzt Ihre Demo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017